Wir sind zurück bei Zerwakis und Oppenhöfe live und die nächsten Minuten könnten Leben retten. Denn bei uns ist die Notärztin Dr. Carola Holzner, die sie natürlich unter dem Namen Doc Caro besser kennt. Caro, wir sagen auch du, weil du gesagt hast, in der Rettungsmedizin... In der Notfallmedizin sind wir alle per Du, da geht es um Teamwork, also gerne. Und wir sind jetzt in dieser Situation. Wir spulen nochmal zurück vor einem Jahr fast. Das war die Europameisterschaft im Sommer. Da ist der Däne Christian Eriksson auf dem Fußballplatz zusammengebrochen. Der wurde dann von seinen Mannschaftskollegen und von Sanitätern gerettet. Am Wochenende hat er ein überragendes Comeback in der dänischen Nationalmannschaft gegeben, hat unter anderem einen tollen Fallrückzieher erzielt. Wenn die Hilfe damals fünf Minuten später gekommen wäre, hätte er heute überhaupt noch Fußball spielen können? Ja, das ist schwierig zu sagen. Das weiß man natürlich nicht. Man muss aber sagen, bei Christian Eriksson, da sind ja Millionen Menschen an dem Bildschirm auch Zeuge geworden, wie schnell so etwas passieren kann, dass es jeden treffen kann. Ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Er hatte das, er hatte Kammerflimmern. Und er konnte deshalb gerettet werden, weil natürlich Personal vor Ort war, seine Mitspieler beherzt eingegriffen haben, das erkannt haben. Und so hatte er eine Chance, das Ganze unbeschadet zu überstehen. Und das würde ich mir wünschen, dass viele Menschen so reagieren und so handeln, damit viele Leben gerettet werden können. Wenn wir schon mal dabei sind, so jetzt mal eine konkrete Zahl abzufragen. Wie viele Menschen leben, hätten denn gerettet werden können letztes Jahr, wenn wir alle fit wären im Erste-Hilfe-Dasein? Ja, man kann das grob abschätzen. Also ich finde, das ist eine sehr eindrucksvolle Zahl. Ca. 70.000 Menschen erleiden pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und nur zehn Prozent davon überleben dies. Und auch nicht so, dass sie vielleicht so sitzen wie wir hier, dass sie alles noch machen können, sondern vielleicht schwerste Einschränkungen haben. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn viele Menschen helfen, in Deutschland haben wir eine relativ schlechte Ersthelferquote, gerade mal 40 Prozent, in 40 Prozent der Fälle helfen die Ersthelfer. In anderen Ländern sind wir vielleicht schon bei 80 Prozent. Und da könnten wir so Zehntausende Leben mehr retten. Und dafür mache ich mich stark und finde es gut, dass wir heute darüber sprechen. Ja, absolut. Wie lange dauert es denn überhaupt durchschnittlich, bis ein Rettungswagen vor Ort ist? Ja, das sollte tatsächlich die zwölf Minuten nicht überschreiten. Jetzt komme ich aus dem Ruhrgebiet. Wir haben ein sehr dichtes Krankenhausnetz, sehr viele Notarzt- und Rettungswagen. Da bin ich in acht Minuten bei der Einsatzstelle. Es gibt aber durchaus ländliche Regionen. Oder ich fliege Hubschrauber zum Beispiel in der Eifel. Da brauchen wir etwas länger. Ich muss schon sagen, acht Minuten ist die Wunschvorstellung. Ist knapp, aber sicherlich nicht überall zu erreichen. Caro, wir haben jetzt mal hier so eine Übersicht aufgemalt und beispielhaft an einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Was geschieht in den Minuten im Körper eines Menschen, der zusammengebrochen ist, bis der Notarzt da ist? Kannst du das noch mal erklären? Ja, ich finde, man kann das hier eben anhand des Zeitschralls wunderbar sehen. Also wir haben hier bei Zeitpunkt Null den sogenannten Herz-Kreislauf-Stillstand. Das heißt, dass das Herz in dem Moment aus unterschiedlichen Gründen aufgehört hat zu schlagen. Und das Herz ist die Pumpe unseres Körpers. Das pumpt Blut und somit Sauerstoff in die Organe. Und wenn es still steht, passiert Folgendes. Bereits nach zehn bis 20 Sekunden, und hier sieht man auch das Gehirn, was eingezeichnet ist, beginnt das Gehirn sich auf Sparmodus zu stellen und konzentriert sich sozusagen mit dem Rest-Sauerstoff nur noch auf die wichtigen Funktionen, nämlich tatsächlich Reflexe wie beispielsweise die Atmung. Und auch die setzt dann nach 30 bis 60 Sekunden schon aus. Also knapp eine Minute nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand ist auch das Atemzentrum betroffen. Der Mensch atmet nicht mehr. Und das größte Problem ist einfach, dass das Gehirn, das sieht man hier nach drei Minuten, das Organ bei uns im Körper ist, was dringend oder am dringendsten Sauerstoff braucht. Denn nach drei Minuten bereits, beim Herz ist es erst nach 20 Minuten, beim Kopf eben nach drei Minuten, sterben schon die ersten Nervenzellen, die ersten Gehirnzellen ab. Das kann man vielleicht noch retten, aber bereits nach fünf Minuten kommt es zu tatsächlich irreparablen Hirnschäden. Das heißt, die Zellen, die nach fünf Minuten schon abgestorben sind, die bekomme ich auch nicht wieder. Und das ist eben eine unserer größten Sorgen, gerade als Rettungsdienst. Selbst wenn wir zu spät kommen oder wenn wir dann eintreffen und es hat keiner geholfen, dann können wir auch die Hirnschäden, die entstanden sind, nicht mehr wieder gut machen. Und wir sehen ja hier, der Zeitstrahl geht noch weiter. Also wir kommen im besten Fall, haben wir ja gesagt, Wunschvorstellungen nach acht Minuten. Da fehlen genau drei Minuten und da ist schon sehr, sehr viel passiert. Und das kann ich als Notarzt nicht verhindern, aber es gibt eine gute Nachricht. Der Ersthelfer könnte das und kann das. Das heißt, wenn er eingreift, in dem Moment, wo jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, dann schafft er genau diese acht Minuten, bis ich eintreffe, zu überbrücken. Und das ist das Ziel von erster Hilfe. Und zwar mit einer Herzdruckmassage. Richtig. Es ist, wenn man es einmal gezeigt kriegt und nicht vergisst, was man dann, glaube ich, nie tut, relativ einfach. Es ist anstrengend, wir machen das gleich. Aber wenn das alle Menschen beherrschen würden, dann könnten wir sehr, sehr viele Leben retten, richtig? Ja, vor allem ist es nicht nur relativ einfach, es ist sogar sehr einfach. Man hat seine beiden Hände dabei. Man hat auch die Power, das zu tun. Das können mittlerweile oder bereits schon Kinder in den Schulen, die das lernen können. Und das kann man machen. Man muss nur wissen, wie. Man muss eigentlich nur wissen, wo man seine beiden Hände aufsetzt. Und du hast das richtig gesagt. Je mehr man schult, je mehr Menschen Erste-Hilfe-Fokus machen und auch, dass man das ab und zu mal wiederholt, desto sicherer wird man. Und dann kann man natürlich auch in einer Notfallsituation helfen. Ich bin sehr froh, dass wir noch eine gute Zeit kriegen. Ich bin sehr froh, dass wir uns das gleich anschauen. Denn wenn ich an mich denke, dann muss ich sagen, mein Erste-Hilfe-Kurs liegt mehr als 20 Jahre zurück. Da habe ich den Führerschein gemacht. Und wir würden gerne wissen, wie geht es Ihnen damit? Sind Sie fit? Fühlen Sie sich fit, Erste-Hilfe zu leisten? Dann stimmen Sie doch gerne bei uns ab in der ProSieben-App. Willkommen zurück zu Zerwakis und Oppenhöfe live. Und wir haben Doc Caro bei uns, die als Notärztin dafür kämpft, dass wir alle selbstbewusst Erste-Hilfe leisten, wenn es nötig ist. Und wir haben Sie ja zu Hause auch gefragt, fühlen Sie sich fit in Erste-Hilfe? Können Sie Erste-Hilfe leisten? Und das Ergebnis unserer Abstimmung hat gesagt, 59% fühlen sich fit und 41% sagen nein. Caro, ist das realistisch? Also würde ich mir wünschen, dass dem so ist. Dann habe ich echt Hoffnung. Also meine eigene Erfahrung ist eine andere. Aber ich lasse mich gerne dafür belehren, dass jetzt Deutschland bereit ist für Erste-Hilfe. Wir sind die 41%. Das werden wir jetzt aber ändern jetzt. Das werden wir ändern. Dafür sind wir hier. Genau. Ich habe es vorhin schon gesagt, Führerschein vor 30 Jahren, das war mein letzter Erste-Hilfe-Kurs. Das heißt, ich könnte vielleicht noch so eine stabile Seitenlage mit etwas Glück hinkriegen. Aber du hast auch gesagt, völlig egal. Vergesst stabile Seitenlage, Mund-zu-Mund-Beatmung, sondern Herzdruck ist wichtig. Genau. Es geht ja darum, rauszufinden, dass jemand ein Herz-Kreislauf-Stilchen hat und was man dann tut. Und was du schon richtig machst, es gibt eigentlich drei Dinge, die man sich merken muss. Wir müssen prüfen, ob derjenige atmet und ob er bei Bewusstsein ist. Puls prüfen ist out. Das macht man nicht mehr. Das können Laien nicht gut. Deswegen prüfen, ob er atmet und ob Bewusstsein ist. Laut ansprechen und die Atmung prüfen. Atmest du? Atmest du? Da kommt keine Antwort. Der atmet nicht. Du rufst jetzt an. Hier fühlen, ob der Großkopf sich hebt und senkt. Er atmet nicht. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, wenn man der Meinung ist, er atmet nicht. Nicht lange überlegen, dann atmet er nicht. Notruf absetzen, die 112. Prüfen, rufen. Und jetzt kommen wir zum Entscheiden. Ich gehe mal zur Seite. Drücken. Und mehr bitte nicht machen. Durchdrücken. Hier drücken. Also zwischen Brustwarzen ist hier das Brustbein. Und da ungefähr. Du nimmst dir jetzt die Linie zwischen den beiden Brustwarzen und drückst auf dem unteren Drittel des Brustbein kräftig. 5-6 cm. Das ist so viel. Das ist richtig kräftig. Und die richtige Geschwindigkeit. Dazu gibt es ja unter anderem Stayin Alive. Ist glaube ich vom Rhythmus genau richtig. Wir haben das mal vorbereitet. Können wir das mal einspielen. Das hat man nicht immer in Notfallsituationen dabei. Aber nicht nur vom Rhythmus, sondern auch vom Sinn des Liedes gut. Genau. Und am besten stellst du dich jetzt noch richtig bequem auf die Höhe von deinen Händen, damit du das kräftig machst. Aus den Schultern mit dem bestreckten Arm. Und dann soll es auch wirklich singen, ne? Du solltest deshalb singen, damit du auch nicht zu schnell drückst. Weil das Herz muss Zeit haben, einmal das Blut auszuwerfen. Man sollte dazu aber nicht tanfeln. Das ist nicht der Lauf. Es geht jetzt hier gerade um Leben und Tod. Aber die ganze Zeit durchgehen ohne Pause? Die ganze Zeit ohne Pause. Ihr habt sicherlich vielleicht noch beim Führerscheinkurs gelernt, Matthias, ich weiß nicht, ob du noch die 30-2, dass man 30 mal drückt, zweimal beatmet, ob du sowas gelernt hast. Ja, da klingelt irgendwas. Da klingelt was. Das bitte vergessen als Laie. Bitte drücken. Denn die Erfahrung zeigt, je mehr Gedanken man sich macht, was man jetzt wie alles machen muss, gerade wenn man das nicht regelmäßig macht, dann macht man Fehler, dann vergisst man etwas. Aber das, was der Matthias gerade zeigt, er drückt hier wirklich kräftig durch, das kann jeder und da denkt man auch nicht lange nach. Du merkst aber, es ist sau anstrengend. Super anstrengend. Und jetzt wäre der Moment, wo du beispielsweise dich ablösen lässt. Ich lasse mich ablösen. Ich komme aus einer Corona-Infektion. Ich bin platt. Und das hätte sogar noch ein bisschen besser funktionieren können, indem du wartet hättest, bis sie bereit ist, um die Hands-of-Time möglichst gering zu halten. Das tut mir leid. Du drückst ein bisschen zu langsam. So, richtig. Aber jetzt sag mal. Du drückst mit zwei Händen den Brustkorb im regelmäßigen Rhythmus ein. Und du merkst, wie sau anstrengend das ist. Warte, warte, warte. Er ist wieder da. Das ist genau der Moment. So lange, bis der Rettungsdienst kommt. Aber sag mal ganz kurz, dieses Gefühl, man denkt ja, es ist eine Puppe, ich kann nichts kaputt machen. Das wird beim Menschen wahrscheinlich, wenn du das tatsächlich mal in echt machst, eine Rippe brechen. Auch vielleicht mehrere. Das knackt. Da hat viele Angst vor. Das passiert ja auch Notärzten. Das ist aber egal. Das ist egal. Denn man stirbt nicht an einer gebrochenen Rippe. Aber man stirbt, weil Gehirnzellen absterben, weil das Herz nicht pumpt. Und an einer Rippe, es hat noch keiner sich beschwert, weil er es überlebt hat mit einer gebrochenen Rippe. Ganz im Gegenteil. Keine Angst. Und man muss es einfach so sagen, wenn eine Rippe gebrochen ist, geht es danach auch einfacher für den Ersthelfer. Aber was können wir denn jetzt tun? Weil gefühlt bräuchte ich quasi ein Gesetz dafür, dass man sagt, so spätestens alle drei Jahre muss ich zum Schnellkurs, weil ich kann das nicht abrufen. Und auch in Schulen. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Wir haben jetzt uns eine Petition ins Leben gerufen. Und zwar habe ich mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung die Petition Ich rette dein Leben gestartet. Und da fordern wir bundesweit die Einführung von Reanimationsunterricht mit zwei Schulstunden pro Jahr. Sehr gut. Ab der siebten Klasse. Und ich habe selber schon siebte Klassen unterrichtet. Oder Schüler, die sind sehr motiviert. Die können das. Und unsere Nachbarländer zeigen. Schweden zum Beispiel, da ist das ein Schulfach. Da ist es verpflichtend. Die haben eine Ersthelferquote von 80 Prozent. Und da überleben deutlich mehr Menschen. Weil einfach viel mehr Menschen wissen, was zu tun ist. Findet man auf deinem Instagram-Account. Findet man auf Instagram oder unter www.ich-rette-dein-leben.de. Oder auch in deiner kommenden Sat.1-Doku. Und wie schnell sowas passiert, habt ihr bei Dreharbeiten festgestellt. Ja. Erzähl ganz kurz im Autohaus. Ja. Wir durften tatsächlich dabei sein, wie ein Leben gerettet worden ist. Und zwar von Ersthelfern. Die beherzt eingegriffen haben. Die alles richtig gemacht haben. Die es geschafft haben, den Zeitstrahl aufzuhalten. Bis der Rettungsdienst eintraf. Und bei einer Reanimationsdauer von fast einer Stunde hat der Mann es ohne bleibende Schäden überstanden. Dank der Ersthelfer. Und das ist wirklich ein Beweis, dass jeder Leben retten kann. Und da muss man kein Arzt oder keine Krankenschwester für sein. Da kann man auch Fernsehmoderator sein. Sehr gut. Wir haben Zolli gerettet. Ja, wir haben Zolli. Wir haben Zolli. Wir haben Zolli, liebe Freunde. Karo, vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Und ich glaube, mit diesem Enthusiasmus ist jetzt auch bei jedem angekommen. Bitte, bitte machen. Ab zum nächsten Schnellkurs. Und ja, hoffen wir einfach, dass wir vielen die Scheu nehmen können. Auf jeden Fall. Matthias, schön, dass du auch da warst. Ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mir hat's Spaß gemacht. Ich glaube, ich komme jetzt öfter, wenn ich darf. Echt? Schön. Und jetzt darfst du auch endlich wieder deinen Satz sagen. Morgen ist schon fast Freitag. Machen Sie's gut. Tschau, tschüss aus München. Danke, Karo. Danke. Ja, sehr gerne. Danke, Zolli. Schön, dass es dir wieder besser geht. Komm, mach's zu hier wieder. Der friert so. Wirklich? Ja. 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 Okay, zumal. und ja. Ja.